Hotel Xenia. Lassen Sie es sich gut gehen. Egal ob Sie alleine, zu zweit, mit der Familie oder in einer Gruppe reisen. Wir haben für jeden das richtige Zimmer. Bei uns stehen Ihre Wünsche an erster Stelle. Wir erfüllen diese schnell und umfassend. Erholung pur. Lassen Sie sich auch in einem unserer Restaurants verwöhnen. Genießen Sie die Zeit auf Rügen. Auf unseren Terrassen können Sie die warmen Sonnenstrahlen einfangen und in wenigen Schritten sind Sie schon am Hauptstrand. www.hotel-xenia.de